So, dann geht's auch schon wieder weiter mit der zweiten Folge des Adventure. Wie heißt die Map nochmal? Lux Perpedingens. Lux Perpedingens, genau. Wir hatten die erste ereignisreiche Folge hinter uns hier. Ich hatte so ein paar Buttons, also da waren so ein paar Buttons, so Wollblöcke angebracht und lauter Buttons außen. Und ich hab gedacht, ja, wie sieht's aus, vielleicht geht hier einer für die Tür dort hinten, ne? Achso, ey, was wir vielleicht noch sagen sollten an deine Abonnenten, äh, der erste Part war bei mir. Genau, der erste Part, den gibt's bei Con Crafter. Eventuell müssen wir unseren Kanal vorbei stellen oder, beste noch, ich setz den Link in die Beschreibung rein zur ersten Part. In der Video, oder man kann ja zwei Videoantworten machen, oder? Ja, genau, das wird dann angezeigt, dass wir es im Video auch. Genau, das heißt, er postet darum den ersten Part, genau, als Videoantwort müsste die Folge auch drin sein, falls ihr die noch gesehen habt. Die müsst ihr jedenfalls abchecken, weil man kann ja den gerade da sehen, es war sehr unterhaltsam. Ja. Auf jeden Fall vorbeischauen bei ihm und dann, jo, würden wir sagen, wie gesagt, alles geht abwechselnd dann weiter. Ja. Gut, die waren stehen geblieben bei dem Kaboom. Ja, das sind die ganze Information. Hm, Kaboom, waren wir hier. Ja, Kaboom ist wirklich der Name, den ich da reingehe. Aber hier ist so eine Kiste drin, da würde ich gerne mal rein, aber. Aber ich glaube, das war einfach nur so ein bisschen tricky, damit so, ah, komm, klick auf den Schalter, dann denkst du, du bist da drin, dann BAM. Jo, ich kann mir gerade mein Inventory zeigen, weil man hat ja vielleicht nicht ehrlich gesehen, okay, Wolle habe ich aber, okay, hier haben wir nichts abgebaut, Wolle habe ich hier, ein bisschen Wut habe ich noch gekriegt, weil ja eine Explosion, alles mögliche durch diese Explosion gekriegt. Ich habe sogar eine leichte blaue Rolle, okay, ich habe hier so auch noch einen Cake, einen Kompass und alles mögliche. Und mein Inventar ist fast voll, ich komme mal mit, ich folge dich. Ich würde aber sagen, wir machen noch nicht unsere Boote hier hin, weil wenn du Boote abbauen willst, ich weiß nicht, dann komm doch zur Stöcker und zurück zurück, ne? Ja. Ja, das ist ja dann ein bisschen ungünstig für mich. Ich habe zwei Boote hier. Okay, okay, das Schiff war es, obwohl, welche Richtung müssen wir eigentlich, müssen wir eigentlich da hinten lang, war da irgendwas, oder? Ähm, hier, wo ich bin. Achso, ach, da war es, da war es, ich habe gedacht, schon in der Richtung, ah, warst du schon auf dem Mast drauf? Äh, ja, da war ich schon. Da habe ich, da habe ich, da habe ich, ähm, Eisen und ein Brot. Auf beiden auch? Ne, Eisen und ein Cockjob. Auf dem, ja, auf dem anderen war nichts drauf. Okay, okay, so, dann geht's hier, denk ich mal weiter. Ich nehme mal Sicherheit, Salva, noch ein Boot. Da ist ein Goldplot, da dürften wir theoretisch was drauf platzieren. Okay, was steht denn da, kann ich das von hier lesen? Sliden. Ich weiß nicht, bin ich blind, oder steht das da wirklich? Okay, hohe Ahnung. Da steht Skyden. Skyden ist wohl die erste Stadt, oder so. Jo, könnte in der Skyden, da würde ich sagen, düsen wir mal lang. Was ist diese Bootsteuerung? Ja, die brauchen wissen, bis sie in Gang kommt, gell? Ja. So. Ach ja, genau, wegen Regeln, die gibt es übrigens auch noch im ersten Part, wer das noch gerne wissen möchte, wenn es nicht gesehen hat. Und der Link zum Download, der Map ist auch. Exakt. Redpack. Okay, diese Glowstone-Teile sind einfach nur Fackeln. Jo. Vorne ist der nächste Hafen. Und da, jetzt, das Boot ist einfach so zersprungen. Jo. Hauptnächstes gemacht. Aus angerampelt. Und die Kiste. Oh, hier sind massig Boote drin. Ah. Okay, nee, wir brauchen glaube ich keinen, ich habe sowieso noch eins dabei. Ich habe mir mal eins genommen, jetzt habe ich wieder drei. Mein ein anderes Boot ist da mitten jetzt auf dem Meer. Mein Inventar schon fast voll ab, obwohl ich könnte die Pfeile abdrücken. Haben wir normale Stickies? Nee, jetzt nicht einen Bogen machen können wir noch Strings. Weiß ich nicht. Ich denke, wir werden später eh noch möglich... Wir haben Buttons, aber Buttons darf man ja nur an Goldblöcken platzieren, gell? Ja. Sonst hätte ich ja einen Button nehmen können an die Kiste ran, aber nee, schade. So, äh... Ich gehe mal hier rein. Eine Map. Äh, das wäre jetzt ganz gut, wenn du die in der Hand nimmst, denke ich. Achso, ja, genau, die Map. Ähm, ganz kurz, dann muss ich das raustun und... Plop, da kommt's rein, ich tue dir mal die richtige Reihenfolge und... Schalter, ich weiß nicht, ich leg's erstmal die Map vor. Also, das dauert man, bis mir bleibt... Ah. Äh, es sieht so aus, als gäbe's da einige technische Probleme mit dem Tor, das den Wasserfluss kontrolliert. Nun, ich bin kein Techniker und kann auch nicht herausfinden, was mit dem Friction... Also, damn thing, ich muss jetzt, äh, ausholen, was mit diesem verdammten Ding los ist. Ich brauche unbedingt, äh, ich brauche dich unbedingt, um das herauszufinden, oder ich kann nicht weitermachen mit meiner Reise nach Skydon. Okay, also, es gibt technische Probleme mit dem Tor, was den Wasserfluss kontrolliert und wir sind jetzt hier irgendwie und müssen herausfinden, ähm, was mit diesem verdammten Ding los ist. Okay, jetzt soll ich mal einfach den Schalter drücken? Ich würd's mal testen, joh. Die Türen, können wir mal rausgehen vielleicht, müssen gucken. Äh, ich weiß nicht, ich drück den mal, guckst du da eben? Ich seh hier von außen nix so. Ich weiß nicht, ob nix. Hm. Vielleicht mal außen rumgehen hier. Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist der Schalter jetzt gedrückt. Und ich denke, das sollten wir halt machen. Oh, hier ist ne Kiste. Ganz schön versteckt, ein Redstone. Einen Redstone dürfen wir doch platzieren auf Gold. Wo war Gold? Äh, das war, wo war ein Gold? Das war auf dem Block, wo das Schild stand, aber ich glaub, das hat überhaupt nichts. Das hätte auch nix gebracht, glaube ich. Aber der hat auch einen Schalter-Button kommen. Hier geht's übrigens noch weiter. Ah, der, der macht das hier, glaube ich, offen. Ach, hast du, hat das geöffnet? Ja, denke ich mal. Ah, in case of failure, place Redstone hier. Ah, jetzt hat sich da irgendwas geöffnet, das heißt, theoretisch... In case of failure, eine Falle des Fehlschlagens, aber wir haben doch gar nicht weh gestorben, oder was? Ähm, da ist auf jeden Fall gerade irgendein Ton angegangen. Ja, das hab ich auch gemacht. Aber ich weiß nicht, Wasserfluss, von welchem Wasserfluss überhaupt die Rede. Ich hab den Redstone jetzt auf jeden Fall gehört. Jetzt hab ich Pistons gehört. Ja, ich hab auf jeden Fall jetzt auch den Redstone wieder. Wenn ich den anmache, hör ich Pistons, und die Pistons sind jetzt, glaube ich, zu. Ich glaube, hier ist ein Durchgang, kann das sein, auf der Brücke, wo ich gerade draufstehe? Ah! Oh! Ist hier ein Durchgang oder irgendwas? Hier ist ein Durchgang. Ach nee, Wasserfluss, hier kommt Wasser raus. Hier an der Seite. Wo? Da, hier ist ein kleiner Wasserfall unter dem Zäunen da am Rand. Ah, da, yo. Und ich teste gerade, wenn ich nochmal an den Schalter betätige, ob da was passiert. Ja, warte, mach mal. Yo, jetzt ist der Wasserfluss aus. Äh, ah, okay. Das heißt aber, das geht um den Wasserfluss, also der muss da sein. Er hat nur mit dem Wasserfluss. Was ist denn Pistons? Ah, ja, dann macht den Wasserfluss mal wieder an. So? So, weil dann sind die Pistons da drin und ich denke, weil, komm mal runter hier eben. Äh, jo, ich kann ja einfach jumpen. Ja, guck. Hier ist jetzt nämlich so ein kleiner Durchgang. Dadurch sind, glaube ich, die Pistons, haben das nämlich offen gemacht. Und da da die Fackeln sind, denke ich, müssen wir uns jetzt ein Boot nehmen und einfach weiterschwimmen. Ah, ja, okay, okay. Hast du noch Boote? Ja, ich hab noch drei. Ich hab noch Boote. Ähm, da. Na, so, ich würde aber sagen, ich muss ganz kurz mal was essen, damit ich die Lehm wieder aufladen. Ich hab alles voll. Nein, ich kann nicht. Nein, ich hab noch ein bisschen Zeit, ich hab noch ein bisschen Zeit, okay. Okay. Ich spare mir das Essen auf, wir müssen hier sparsam umgehen, würde ich sagen. Ja, mit dem Treibstoff, ne? Mit dem Treibstoff. Zilbpreise, das ist übel. Ich hätte dich fast gerammt. Oh. Ah, warte. Ich mach jetzt hier Nitro, oder? Ich furze mal eben ins Wasser, kommen noch ein paar Blasen jetzt. Ich furze was, aber. Ah, Schatz. Ah, ich schaff's nicht. Wurz im Küchenmixer raus. Häng ich hinten dran, weißt du? Elektroboot. Oh, da hinten gerät sich irgendwas. Jo, ein bisschen was größeres. Folgen einfach mehr so den Glowstones. Den Glowstones. Toiletstones. Versteh ich nicht. Oh mein Gott, siehst du das da oben rechts auf dem Berg? Da oben rechts auf dem Berg? Oh, das sieht... Okay, bei mir generiert's noch ein bisschen. Ah, ein Treppchen nach oben. Ich glaub, wir müssen den Glowstones folgen in den Hafen. Glowstones. Äh, bei mir sind hier gerade... Ah, da. Was steht hier? Welcome to Skydon. Aha. Ah, wir sind in Skydon ange... Ah, ich kramm dich fast. Oh, das ist gewand. So. Ah, das sieht auf jeden Fall sehr schön aus, Skydon. Da oben mit den Häusern. Oh, yeah. So, ähm, ich denk mal, da ist nix. Hier rein, einfach mal in die Grotte. Hm. Los, denken. Erinnert mich ein kleines bisschen an mein neues Let's Show-Projekt. Hö, hö, hö. Ich verrate noch nix. Du machst nur Let's Show-Welt? Aber sicher doch. Oh, cool. Na, der bin ich schon... Ach, das ist ja auch geil, dieser Tune mit Lianen. Heilig. Boah. Das ist Hammer. Guck mal, Lianen, ne? Und guck mal, wo du rauskommst. In so einer Schlucht mit den ganzen PCs. Die baden hier gerade mit mir. Wow, ich mach bis noch Vollbild und geschmeidig gemacht. Also, F8. Alter, episch. Und so ein Riesenbaum da oben. Episch. Und jetzt... Oh mein Gott, den hab ich noch gar nicht gesehen. Wie geil. Wie geil einfach nur. So einen musst du auch in deinem Let's Show-Projekt. Ich hoffe, wenn die Musik passt jetzt, die ich eingefügt hab im Hintergrund, wenn ich eine einfüge. So, zack. Und rein hier. Und ich muss sagen, die Frame-Wert ist heute gut dabei. Also, ist relativ flüssig. Ah. Ich hüpfe grad irgendwo rum. F8 und F1 wieder. So, wir sind angekommen und... BAM. Ah, ich hüpfe grad irgendwo rum. Buggy hier bei dir auch grad rum? Ne, du hüpfst nicht. Du stehst gerade. Komisch. Äh, ich disconnect immer kurz und komm mal kurz wieder drauf. Okay, er ist weg. Haha, wir können machen, was wir wollen. Ah, jetzt bin ich oben drauf. Äh, ah, da bin ich wieder. Hier ist noch eine Kiste mit zwei Map-Parts. Die könnte ich gleich nochmal vorlesen. Ich schau mir nur gerade ein bisschen um. Alter, nicht schlecht. Mit den Schaltern hier machen. Sind das einfach nur die Ohren? Weil ich denke, die bewirken nix. Nee, das soll ein Ärmchen sein. Ärmchen vom Kurs. Ich hab meine Graf-Personation Grinsen-Sticks. Aber egal. Ich geh mal ganz kurz hin. Was ist eigentlich mit den Map-Parts? Können wir die wegwerfen, die älteren? Eigentlich theoretisch schon. Also im Sinne. So, ich nehme mir die beiden Map-Parts. Lese gerade mal vor. Map 16 und Map 15. Ich würde sagen, fang mit Map 15 an. Ja. Wer immer dies ließ, die Stadt ist am sterben. Die Blätter an den Bäumen sind langsam, oder werden langsam vom Licht getrübt. Einige Bewohner sind mittlerweile in der Dunkelheit gezogen worden. In die Dunkelheit gezogen worden. Die paar, die übrig geblieben sind, fürchten sich und wollen diese Stadt verlassen so schnell wie möglich. Ähm, sogar der Bürgermeister hat, äh, hat bereits die Stadt verlassen. Ähm, das ist weshalb wir diesen beschissenen Kürbis aufsetzen mussten, um Leute zu begrüßen oder, oder um die Reisenden zu begrüßen. Professor, jetzt kommt nächste Map-Part. Oh, jetzt habe ich ein Tier gedrückt. Professor, ähm, wo ist er? Ab 16. Professor Stewart. Die einzigste Person, die, äh, Mut... Ich habe gerade so Striche drauf auf der Karte. Die einzigste Person, die mutig genug war, ähm, die Ressourcen... Äh, Quatsch, ähm, äh, 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 die, die, äh, Macht, die Source, die Macht der Dunkelheit zu untersuchen, ähm, ist auf einer Reise zu den... Ich habe hier so komische Striche drin, das ist nicht komisch. Ist auf einer Reise... Ja, weil die noch generiert wahrscheinlich auch. Ist auf einer Reise, ähm, zu den Wasserfällen, äh, und er hoffte sich, einige Antworten zu erfinden. Aber er ist, ähm, aber seit er gegangen ist, jetzt schon sechs Monate vorbei und wir können nicht länger warten. Wir müssen die Signaltürme beleuchten, um Hilfe von anderen Städten, äh, in dieser Gegend zu bekommen. Okay. Okay. Was heißt das jetzt? Was müssen wir machen? Das heißt, es ist die Story dieser Stadt, irgendwie sind hier dunkle Mächte am Werk und wir müssen irgendwie hier... Kiste. Kiste, okay. Seeds und Ironhoe. Nimm du die mal in den Herzen. Wir haben die erste Kiste. Ähm, und wir müssen vielleicht mal, vielleicht ein bisschen erkunden. Hier geht's irgendwie nach oben. Achso, wir müssen die Türme... Äh, hier steht auch, ähm, mit dem, mit dem Türmen, mit dem Licht oder Türme belichten. Wir müssen die Signaltürme beleuchten, um Hilfe von anderen Städten in dieser Gegend zu bekommen. Signaltürme? Wo sind denn hier Signaltürme? Ich würd' sagen, Treppen nach oben, also wir müssen irgendwo sichtbar sein, oder? Ja, okay. Lass mal erstmal, was ist denn hier? Lass mal erstmal in dieses Haus weg. Ja, komm, einfach ein bisschen erkunden hier. House for Sale, 20.000. Crafters. Okay, biete ich doch. Geh du mal rein, ich geh mal hier aus und... Oh, nice garden. Schön. Nice garden. Oh, hier ist eigentlich gar nichts drin, ist nur so ein leeres Räuschen. Ja, gar nichts. Nö, gar nichts, nicht mal Möbel, kein gar nichts. Wir sind alle ausgezogen, haben das Zeug mitgenommen. Was war das gerade? Was ist noch da? Ich glaube, jetzt hat der Aufruf gestoppt. Ich mach mal kurz auf. Ah ne, bis Sonntag. Ja, ich hab keine Ahnung, was da jetzt bloß war. War ein Skype-Grosch, egal. Ach jo, hier hinten ist nix mehr, gell? Einfach nur Gordon? Ne, das ist einfach nur ein kleiner Hafen von mir. Gadde und Fackel und das war's. Gut, 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 gut. Right. Right, right, right. Was sagten die Aufnahmen? Wie weit sind wir mittlerweile? Wir sind bei... Noch drei Minuten. Ach so. Zwo und halb Minuten. Nein, 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 nein. So, wollen wir mal hier die Treppe hochgehen? Ich würd' sagen, da bin ich auch mal dafür. Wir gehen mal die Treppe hoch und schauen mal. Theoretisch kann ich auch mal heben, hier so, haha, Seeds hinsetzen. Ja. Nicht schlecht. Du hast ne Hohe? Ja, die war da hinten in der Kiste. Ach so. Da waren noch ein und noch zwei Stacks haben. Ah, ach so. So, hoch da. Also die können auf jeden Fall gut bauen, die Macher. Okay, ähm, Betty Smithy. Vorsicht, da ist ein Skelett oben auf dem Dach. Oh, oh, oh. Oh, ja, klar, fall runter. So, ja, okay. Dein da. Betty Smithy. Smithy heißt Schmidten, oder? Burn it yourself. Fünf Kohle. Vier Kohle. Okay. Ja. Ach so, wir dürfen übrigens Öfen benutzen und so Zeug, ne? Ja, aber ich hab jetzt noch nicht wirklich Erze. Ich weiß nicht, Erze dürfen wir nicht abbauen, ne? Nö, oh, da ist Feuerzeug drin, da würd ich sagen, schnappt sich jeder eins. Und ne Map-Part ist auch schon wieder drin. Soll ich die alten Map-Parts wegschmeißen, weil wir kennen die ja schon. Ja, die brauchen wir eh nicht. Iron, bratest du das Eisen eben? Dann geb ich dir eben die Kohle, da. Ich hab 34 Kohle, das ist was. 34? So, hab ich schon. Ich schmeiß mal ganz gut. Ich geh mal die ganzen Öfen durch, ja, hier ist auch noch ne Menge Kohle. Das ist auf jeden Fall ne Map, die entwickelt sich ein bisschen zu nem Überlebenstraining, denk ich. Ja, alles leer. Alles leer. Läuft. Gut, gut, gut. Hast du hier was reingekackt? Jaja, ist hier schon am Fackeln. Und ich leg's so lange nachher gleich mal den Map-Hard durch. Ich überleg mal ganz kurz, welche ich wegschmeiß. Ich schmeiß's immer hier vorne hin, die Ecke. Ähm, die ersten. Ich schmeiß einfach eine Ding ins... Das war die Smithy-Stylery, also das Tagebuch von denen. Okay, das mit den Signaltürmen, die behalte ich nochmal, aber ich schmeiß mal die ersten Map-Parts hier weg. Das war das, oh. Und das und das und das. Ich weiß immer noch nicht, wie genau diese Signaltürme jetzt aussehen sollen. Übrigens, das Ding ist fertig, ich hab jetzt sechs Alsen, ne? Hätten wir nicht die Map-Parts einfach zurück in die Kiste tun sollen, wären vielleicht schon neu gewesen. Ich mach mal folgendes, ich sammle die doch nochmal ein. Dann tue die mal hier in die Kiste rein bei dem Schmied, dann wissen wir wenigstens, wo sie in den Wogen sahen. Ja, wenn wir jetzt doch nochmal brauchen, ne? Sicher ist nicht. Okay, wenn du rauskommst, komm mal rechts rum, den Weg. Also, ich lese mal ganz kurz vor in den Smithy-Stylery. Ich hatte heute eine ziemlich komische Konversation mit Mrs. Potty und sie hat ein goldenes Schwert bestellt als Geschenk für ihren Ehemann. Soweit ich weiß, hat der Ehemann aber schon eins und sie wundert sich, warum sie ihm noch eins geben will. Hm. Unglaublich fettes Problem hier. Ach ja, ich muss sagen, doch, jetzt wird die Folge langsam zu Ende gehen. Wir müssen auch Namen stoppen machen. Okay, ähm. Okay, jo. Wie gesagt, übliche Sätze. Nächste Folge wird jetzt in den Videoantworten gepostet sein und die vorherige Folge geht nicht, weil ich die ja schon als Antwort zu dem allerersten, nee, weil du die ja zu diesem Video gepostet hast, oder? Richtig. Habe ich schon das Video hier unten angezeigt. Okay, mal schauen. Entweder mit Videoantworten oder per Dings. Eventuell einfach mal die Kanale abchecken und dann seid ihr auf der sichersten Seite. Dann mach ich einen Aufnahmestopp und wir sehen uns gleich hier wieder. Tschö. Vielen Dank.